Was denn das denn heute, ihr Süßen? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Schlaft ihr heute da oben? Echt? Wollt ihr jetzt mal langsam Licht ausmachen? Ihr habt ja schon die Einbeinschlafstellung. Die hat noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Singst du, dem hau ich hier ein Schlaflied? Hier, Rübis. Und das könnte auch da oben schlafen. Ja. Oh, zwei Füße wieder da. Und einer wieder weg. Na gut, ihr Knuffipuffis. Rochi macht jetzt langsam mal Licht aus hier, ne? Wenn ich es rumpeln höre, komme ich nochmal gucken. Aber vielleicht schlaft ihr ja auch wirklich da oben. Da ist ein Fussel in der Nase, Knöli. Was denn los? Jetzt fertig? Ja? Gut. Dann mache ich jetzt mal langsam Licht aus. Schlaft schön, ihr Süßen. Ups. Dunkeltuten. Und dann machen wir этом. Untertitelung des ZDF, 2020